Sie sagt oder sie schreibt, mein Freund und ich sind nun schon eine ganze Weile zusammen, ich möchte mich aber noch immer nicht vor ihm ausziehen. Bevor wir Sex haben, schlüpfe ich sofort unter die Decke und knipse dann das Licht aus. Ist das normal? Ja, das ist normal. Laut Studien machen sich besonders und gerade Frauen viele Gedanken über ihren Körper. Also diese Frau, die mir geschrieben hat, sie ist 26 und das ist deutlich auch in Studien, dass gerade junge Frauen sich Gedanken machen. Ja, die legen viel Wert darauf, was in den Medien so verbreitet wird, wie man aussehen soll. Also geht es hier um Performance-Druck und Optimierungsdruck. Für den Mann, 90 Prozent von uns sind heterosexuell und auch das ist in Studien klar. Diese Frauen, die mit Männern schlafen, machen sich mehr Gedanken über sich und ihren Körper und das macht Druck. Im Kern geht es hier um Scham. Ja, der Mensch möchte gerne angenommen werden von seinem Partner. Er ist ein Bindungstier und wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht normal, ich bin zu fett, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ja, dann schäme ich mich. Ich habe Sorge, dass der andere das entdecken könnte. Ich kann abgelehnt werden oder ausgelacht werden. Das ist die große Frage. So ist der Mensch eben geeicht. Ich schäme mich, nicht normal zu sein, obwohl ich vielleicht die normalste Person der Welt bin. Woher das kommt, diese Scham, die wir eigentlich alle haben? Aus der Kindheit würde ich sagen, wir lernen doch ganz früh, du bist falsch, reiß dich zusammen, du bist nicht wichtig. Also man könnte sogar sagen, als Erwachsener, wenn man verliebt ist und liebt, mit deinem Partner eng ist, wird die Kindheit auf Ohren geschaltet. Schon geht es los mit dem Verstecken und sich schämen. Wie man aus dem Schämen rauskommt? Also da gibt es nur eins. Du musst dich was trauen oder du solltest dich was trauen. Und darum geht es auch hier mit dem Bett. Also nähern, Licht aus und vielleicht Kerze an. Das ist doch ein bisschen einfacher dann, ein bisschen Licht. Und dann vielleicht was Angenehmes am Körper anhaben, also angezogen bleiben und doch ein bisschen zeigen. Darum geht es. Mach es dir angenehmer, dass du was Kleines wagen kannst.